Hallo, hier ist Gerhard Samuel von Götter Fürth. Ich finde es sehr, sehr schön, dass man auf diesem Portal über Rassismus reden kann, dass sie auch etwas für diese Situation tun. Ich weiß selber, worüber ich jetzt rede. Es ist nicht einfach für uns, oder für uns Farbigen, auch für uns Ausländer und Deutschen, aber trotzdem finde ich es sehr, sehr schön, dass man so ein Internetportal hat, die auch etwas dagegen tun. Ich meine, man sollte nicht die Augen zu machen, sondern man sollte immer hinschauen und auch etwas dagegen tun.